Die Sehnsucht ist unglückliches, entzweites Bewusstsein. Meine Sehnsucht ist Juan. Juan Giberto, der Sänger und Gitarrist, der der Welt vor über 50 Jahren die Musik der Bosanova geschenkt hat. Seit 30 Jahren versteckt er sich in seinem Zimmer ein guter Gespenst. Joao, wo bist du? Wie lange hast du diesen Job gemacht? Für Juan? Über 10 Jahre. Hast du ihn viele Mal gesehen? Wir haben noch nie gesehen. Aber du hast mir auch gesagt, dass du die Gesichter von Juan Giberto geschenkt hat? Cortesar. Er ist nicht. Er ist nicht. Du siehst nicht, Juan. Wer sieht? Du siehst etwas, du siehst nicht mehr, denn er ist eine Person, die nicht mehr existiert. Warum einen Mann finden, der ganz offensichtlich nicht gefunden werden will? Niemand, der Juan traf, kann ihn wirklich vergessen. Weil er die Sehnsucht selbst ist. Das ist sein Fluch. Das ist Bossa Nova. Das ist eine Person, die » die » die Welt« Die » die » die » die » die » die » ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020